Hallo und herzlich willkommen zur diesjährigen kleinen Weihnachtsansprache. Auch dieses Jahr habe ich mich wieder aufgerafft, um euch ein fröhliches Weihnachtsfest zu wünschen. Besinnliche Zeit mit der Familie, mit Freunden oder auch allein. Das ist ja nicht schlimm, man kann das ja auch alleine verbringen. Weihnachten machen auch sehr viele. Die sich halt den ganzen Stress nicht anschauen wollen, ist auch verständlich. Und ja, es ist Wahnsinn, wie schnell wieder ein Jahr vergangen ist. Ich erinnere mich noch sehr gut, als ich letztes Jahr das Weihnachtsvideo gemacht hatte. Es ist Wahnsinn, was alles wieder passiert ist. Und ja, auf meinem Kanal hat sich nicht so viel getan. Ich hatte dieses Jahr tatsächlich, finde ich, YouTube ein wenig vernachlässigt, hier und da. Was aber auch nötig war, denn sonst hätte ich es wahrscheinlich in anderen Lebensbereichen einfach nicht geschafft, wie zum Beispiel in der Schule. Denn die geht nach wie vor vor. Das heißt, absolute Priorität liegt immer noch auf der Schule. Ich versuche so gut wie möglich Videos zu bringen. Natürlich auch auf beiden Channeln. Und ja, wie gesagt, bei den meisten wird es wahrscheinlich nicht so ausschauen, wie jetzt gerade auf eurem Bildschirm. Denn ja, es ist halt relativ warm dieses Jahr an Weihnachten. Außer man ist jetzt irgendwo in den Alpen oder sonst wo. Naja, aber man kann ja trotzdem ein schönes Weihnachtsfest feiern. Auch zu Silvester wird es wieder ein kleines Video geben. Dieses Mal werde ich wohl... Ich habe mir ein bisschen was ausgedacht, was auch Minecraft angeht. Ich bin auch übrigens in den letzten Tagen einfach nicht mehr zum Aufnehmen gekommen. Das tut mir sehr, sehr leid. Ja, weil einfach zu viel Stress da war. Ich möchte jetzt hier auch gar nicht viel Ausreden finden. Ich habe es einfach nicht mehr geschafft. Und wollte mich auch ein bisschen auf Weihnachten natürlich einstimmen. Was nicht so gut funktioniert hat. Ich weiß gar nicht, wie das bei euch ist, ob ihr auf Weihnachten eingestimmt seid. Aber naja, kann ja alles noch kommen, ne? So, heute ist auf jeden Fall Heiligabend. Ich werde mir einen schönen gediegenen Tag machen. Also ein bisschen was futtern, muss man auch machen. Ein paar Geschenke bekommen und überreichen, wie das halt immer mal so ist. Und ich wünsche euch das Gleiche. Ein besinnliches, schönes, ruhiges Weihnachtsfest und schöne Feiertage. Verdaut die Weihnachtsgänse, die ganzen Schmausereien hier. Also die ganzen Frisalien, ja, verdaut die gut. Und es wird, denke ich, nach den Feiertagen wieder erste Videos geben, was Let's Plays angeht und Sonstiges. Und zu Silvester dann ein kleines Special. Da freue ich mich auch schon drauf. Habe schon ein bisschen was vorbereitet. Aber da möchte ich nicht zu viel verraten. Also wir sehen uns dann nach den Feiertagen. Ich wünsche allen auch denen, die es vielleicht jetzt gerade nicht so gut geht. Ich weiß ja nicht, welche Leute das hier alles schauen. Auch euch ein besinnliches Weihnachtsfest. Und ja, wir sehen uns dann in ein paar Tagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, auch für das tolle Jahr. Aber das mache ich ja dann später noch ausführlich. Und ja, frohe Weihnachten.